willkommen zum eigentlich muss mich mal in die kamera setzen ich habe mein bildschirm verdreht moment das ist natürlich ein schöner anfang so jetzt willkommen zu dem eigentlichen evermore 44 ich habe es jetzt zweimal hochgeladen gehabt das erste mal war die aufnahme die das rendering so kaputt dass der das video ab minute 9 oder so nicht ging habe ich gelöscht habe es neu gerendert weil ich die aufnahmen noch hatte jetzt ist das ende gekürzt und youtube kann es nicht verarbeiten ist auch nicht besser dadurch dass es jetzt aber dass ich gedacht habe es ist ja alles da ich die daten gelöscht es kann natürlich sein dass ich dadurch den fehler verursacht habe ich weiß es gerade nicht auf jeden fall ja einfach mal part 44 ist ein teil den kriege ich jetzt nicht mehr hoch es tut mir echt leid ist jetzt blöd aber es ist nicht viel passiert in einem teil ich bin in der pyramide herumgerannt ich habe versucht auf verschiedene arten den weg zu öffnen einerseits an oklands zu kill das hat nicht funktioniert dann habe ich telekinese ausgerüstet bin mit der telekinese zurück habt den stein auf die rechte platz sorry ein stein auf die rechte plattform gehoben hat er auch nichts gebracht weil ich auf die eigentliche lösung nicht gekommen bin und dann habe ich glaube ich auch den part beendet ich habe die pyramide erkundeten einfach ein paar sachen gefunden da war auch nichts besonderes dabei was wirklich erwähnenswert wäre so bis auf zauber zutaten und vielleicht mal blätter und honig und sowas war eigentlich gar nichts mit blätter natürlich nur honig deswegen ist der part eigentlich fast vernachlässigbar es tut mir echt leid dass der nicht funktioniert irgendwie aus allen möglichen gründen und wie gesagt ich habe das rohmaterial nicht mehr das heißt ich kann es nicht mehr neu rendern kein drittes mal und vor allem muss ich jetzt auch noch eisek rendern dass es morgen kommen kann und ja deswegen sorry dass es nicht klappt und ich hoffe part 45 klappt dann also das hochgeladen habe ich auch soweit geprüft anfang und ende sind da und sollte eigentlich auch mittendrin alles da sein deswegen glaube ich da ist besser und part 45 da passiert tatsächlich auch was da suche ich nicht nur blöd nach dem weg und bin zu blöd dafür ja das war auch schon alles was ich erzählen wollte tut mir echt leid wenn es euch was macht dann lasst einen daumen nach oben darauf nee keine ahnung ich lasse meine standard verabschiedung die bringt jetzt eigentlich nichts deswegen einfach bis zum nächsten mal